Das Telekommunikationsunternehmen Citicom steht für die Infrastruktur der Zukunft, zukunftssichere Lösungen, ausfallsichere Netze und Sicherheit im Online-Bereich. Beim Herbstfest im Johanneumsviertel wurde auch der Kundenkontakt einmal mehr in den Vordergrund gestellt. Der Kundenkontakt ist für jede Firma essentiell, ob das ein großer Kunde ist oder ein kleiner, es ist jeder Kunde für uns wichtig, weil wir auch noch eine Größe haben, wo wir jeden Kunden kennen. Also bei uns ist der Kunde eben keine Nummer und das signalisieren wir auch mit solchen Veranstaltungen. Es geht um den Personenkontakt. Natürlich geht es immer um das Preis-Leistungs-Verhältnis, keine Frage, aber für uns geht es halt auch darum, dass die Kunden uns kennen und wir die Kunden kennen. Es geht einfach darum, ein paar Stunden abseits der normalen Tageshektik miteinander zu verbringen. Wir reden heute also nicht oder fast nicht über das Geschäft. Die Citicom steht für Citicom Austria, das ist die Alternative im Telekommunikationsumfeld, und wir sind ein vollwertiger Telekommunikationsanbieter, alles was im Internet, Telefonie, Rechenzentrumsdienste betrifft, aber rein für Firmenkunden. Und das nicht nur grazweit, nicht nur steinmarkweit, wir bedienen auch in ganz Österreich, Kunden in Wien, in Salzburg und in Innsbruck. Der Kundenkontakt ist deswegen wichtig, weil wir haben eine vernachlässigbare Kundenverlustrate. Wir haben sehr treue Kunden. Kunden, die bei uns weggehen, sind meistens Kunden, die entweder zusperren oder wohin siedeln, wo wir nicht mit können. Und wir machen einmal im Jahr einen Ort ins Kundenfest, diesmal machen wir ein Herbstfest, wo wir die Kundenpflege auch inzentivieren auf der einen Seite, uns bedanken auf der anderen Seite und freuen, dass wir den Weg einfach weiter beschreiten können. Wir sind schon seit Jahren Citicom-Kunde. Wir beziehen zwei Drittel unseres Internet-Treffics für unsere Internetkunden von der Citicom hier aus Graz. Und wir haben nur zufriedene Kunden. Das heißt, auch wir sind mit der Citicom sehr zufrieden. Ob zum Netzwerken oder einfach nur gemütlichem Beisammensein, die Citicom und die Kunden hatten ein angenehmes Herbstfest mit viel Kommunikation.